hallo und herzlich willkommen bei red of gamble ich bin heute wirft ihr ab nach ein ticket und heute habe ich das spiel used juniory naja ihr wisst was ich meine viel spaß und da sind wir auch schon wieder und ich habe wieder gewonnen ja wohl ich habe ein 1 1 dance gekriegt ein speaker eine zauberanlage also sprich ein bassbox und zwei laussprecher also 2.1 system zum shop ok nimmer und hier ok das gebüsch einsam da kann ich viel spielen gut dann ein geschenk ist das wo pack ich denn die sachen im besitz im besitz sieben sachen habe ich sogar wow 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 wo sind die Willst du da nicht den gratis? Ach, ne. Hm. Was sind die hier drin? Oh, der ist aber teuer. Majestätischer Jaguar. Vor allem, der majestätische Jaguar. Guck mal, da oben in der Ecke ist der. Der Kleine. Ja, ist nur 2x2 groß das Feld. Hm. Dann so teuer. 100.000. Ich hab gerade mal 13.000. Naja, was soll's. Hm. Ah. Inbox enthalten, Inbox enthalten. Im Besitz, im Besitz. Ja, wo sind denn die Sachen, die ich gerade geschenkt bekommen habe? Wüsste ich nicht. Hä? Bin ich bei Nano, oder was? Ich seh das nicht. Na ja. Na gut, dann hauen wir mal rein. Oh. Oh. Machen wir den jetzt mal fertig. Was ist denn der Sound? An. An. So, das ist so an. An. Ah, ok. Ähm... Ansehen? Nein. Ich will nicht, warum gucke ich nicht? Ich will spielen! Okay, wir sind hier immer noch. Shallow. Käseplatte. Der Notenschlüssel. Das Licht scheint hier ein bisschen zu doll rein. Ich erkenne hier so wenig. Aber wenn ich dunkler mache... Dann klappt das mit dem Queen Stream nicht mehr. Käseplatte. Ach, da war Shallow. Würfel. Da ist ein Würfel. Wägenschie. Kroken. Notenschlüssel. Knabbergebäck. Mokakana. Das ist doch... nicht die. Das ist... eine Kaffeemaschine. Ach, der Notenschlüssel ist da. Eine Tasche. Ein Säbel. Ähm... Sektflasche. Scherifstern. Scherifstern. Den habe ich gerade schon mal gesehen. Da war der. Kork. Ich habe da gedrückt. Mokakana. Und dabei war das. Mokakana. Jetzt sind Korken. Ist das nur einer oder sind das mehrere? Mokakana. Ja. Okay. Ich habe es da... bin gesehen. Aber ich dachte auch bei Korken. Ja. Ich habe jetzt auch ein Kork gesucht. Ich habe jetzt auch ein Kork. Ich habe ihn gesucht. So ein Korken. Aus Kork. Notentschlüssel. Die Pfeife. Salz und Pfeffer. Okay. Eine Geldbörse. Ein Ausgangsschiff, Füller, Würfel, Exit, Füller, Kreidetafel, Sheriffstern, Schirmütze, Tasse, Mockerkanne, Tasche. Die Mütze ist sehr gut versteckt. Die war sehr gut versteckt. Aber die war da, wo man es auch vermutet hätte. Das war eine perfekte Wunde. Da muss ich aber noch aufholen. Espresso kann. Das ist dir bestimmt. Ein Poster. Früher steht vorhin viele Poster. Das, das und servierte. Eine oder mehrere? Ja, okay. Fangen wir mal an. Das, das, Füller. Für nur eine. Kerze. Der Sheriffstern. Selbe. Kreidtafel. Ein Handfächer. Armbanduhr. Haken. Okay. Eine Dartschein. Ein Haken. Ein Handfächer da. Na. Hat aber nicht mehr gezeigt. Schnell mal anrufen. Hallo. So. Schön. Eine Schallplatte. Die war doch hier in der Wand. Da oben. Da. Schallplatte. Notenschlüssel. Boxhandschuh. Da. Okay. Boxhandschuh. Notenschlüssel. Schallplatte. Eine Revolver. Der Regenschirm. Äh. Da ist die Brille. Die Mockerkanne. Gelb. Zigarette. Kreidetafel. Eine Dartscheibe. Halskette. Zigarette. Zigarette. Halskette. Ah. Nicht geschafft. Da ist die Halskette. Wo ist die Zigarette? Zigarette. Wo ist der Aschenbecher? Da ist der Aschenbecher. Wo sieht sie? Da ist die Zigarre. Einen Verlief ist so gut. Ende habe ich richtig nachgelassen. Äh. Immerhin 19%. Ja. Also fast perfekt. Äh. Cello. Geldböse. Punktgerät. Wo ist denn hier ein Funkgerät? Eieiei. 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 Eieieiei. Eieieiei. Eieiei. Eieieiei. 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 Eieieieiei. wie viel prozent habe ich jetzt so gekriegt 14 davor war ich besser stimmt doch jetzt ein regenschirm am funk gerät und eine platte am als hier die kerze die gelbwürse der schärfstern das pferd die dartscheibe die gab wieder handfächer natürlich und ein fleck wo ist hier ein fleck vielleicht kann alles sein ja das ein blutfleck wieviel prozent 19 mal dann bin ich jetzt nicht fertig nach dieser runde mit den stern zumindest und lief stimmt hier auf dem tisch irgendwo schallplatte kerzen oliven der füller bier zerrissenes hemmen kreidetafeln zitronen zitronen geld dartscheibe armbanduhr und halsgeld perfekt sind aber ich habe drei prozent aber hier ist für mich die prozentzahl ein bisschen anders beim letzten stern 24 prozent war anders 24 prozent das ist seit ein diamant jetzt da sind tickets sind neu dazugekommen da ist der haken die armbanduhr und harte flaschen öffner und fächer botten und lato messer da ist ein kleider ständer da ist ein kleider ständer da ist die 8 ok da brauche ich jetzt noch die motte und das messer da ist ein saxophon da ist die motte hätte man auch daran denken können da ist ein kleider ständer da habe ich gar nicht hingeschaut da habe ich so drückt das messer wo könnte das messer sein wo könnte das messer sein zwölf prozent wir für eine jacke und preis schilder das durch die preis schilder nein messer war da flaschen öffner das ticket die motte gefahren schilder wow das war gut wieviel prozent 20 30 70 29 prozent oh ich bin auf platz 3 gleich überhole ich sticky fee dann bin ich nur ein sticky fee übrigens dank für dein geschenk ich habe es gesehen ja ein bier der haken guldene vasen guldene vasen geld ich sag ich kratze zu auf ist ja brauche eine flasche ein keks ein schorn da ist die grüne vasen die nummer 8 war noch da wo ist jetzt der schaden ist das sein schaden das ist ein flickern das ist ein sack das ist ein schaden das ist ein schad Ah, ich glaub Sticky Fikri ich nicht mehr, eine Pfeife, keine Geldbörse, eine Brille, okay, Brille, Pfeife, Geldbörse, hm, Geldbörse, Breche, Zigarre, Armband, Ruhe, Reizkette, willkommen, schön zerbrochene Flasche, die Motte, der Vorhang, und das Ding, Boah, was war das für ein Durchlauf gerade hier, ich hab mich nur einmal kurz verdrückt, war schon unter dem Lesen und hier schon mit den, ich sag jetzt schon Geldbörse gegangen, Nein, das kann doch nicht wahr sein, letzte Runde, letzte Runde, okay, Tasche, eine Zimmerpalme, Was ist das da hinten? Der Kaffeemühle, okay, Kaffeemühle, Tasche, Zimmerpalme, der Sheriff, der Armband, Ruhe, Handfächer, Dartscheibe, ach, die Pfeife, Pfeife, Scheiße, kann ich schon vergessen, hier, äh, Sachse, nein, Sachsefon, Sachsefon hab ich schon mal gesagt, hier, Sachsefon, Messer, was ist denn der Pfeil? Der war sehr gut versteckt, den hätte ich nach langer Zeit nicht gefunden, Ah, ich bin leider nur Nummer 3, Schluck zur Insel, weil wir haben das gemeistert, bringt ja nichts, wenn ich jetzt sogar noch weiterspiele, Drei Geschenke gekriegt, alle drei öffnen, aufdecken, 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 und den letzten auch aufdecken, Ich bin 85, ein Buch hab ich, starten, oh, ein Puzzle-Spiel, ISCHT muut, ich bin 90g, volume x2, ich bin 80g, Tactche손, ein punkt kriegt man geht nicht mehr das ist gut okay dann ist dann eins die letzte runde vom kapitel 2 ballast hat aber lang gedauert da habe ich ja auch schon ziemlich lang gesessen im kapitel 2 aber ich sage mal wenn ich jetzt so durch richtig hardcore durchspielen würde das spiel schnell vorbei spielte nur dann wenn es hier dran ist oder wenn ich das gerade auf dem technik habe und da kommt immer dieses stimm ticket dann spiele ich das auch und vielleicht gehöre ich ja mal auf 5 euro oder so gut jetzt wird mal ein bild gezeigt oder wie messer noch verstehe ich gerade nicht hier warte mal das ist C und B C und B was ist das ein stilles grob es muss darauf ok da ist der wer wer ist das kapitel 2 ist zu Ende ok ok dann sind wir jetzt bei Kapitel 3 dokumentieren ok ok hm bereich ist stufe 11 ich bin stufe 10 ich brauche noch 27 punkte ok ich verstehe ich brauche also muss das kaufen für 30 blumen für super ich habe ja kein wasser bei mir drin und was gibt das gibt immer ein blumen und 2 für so ein bach ringsherum cool find den hier 30 gold warte mal kann man hier alles weg machen verkauf nein verkauf nur irgendwie erst mal kommen wir verbinden die wege hier machen was das ist dein normal weg ich weiß noch nicht genau wie ich die wege verbinden soll oder womit naja womit schon mit weg aber war es gewesen das kaufen hier weg weg das war ein normaler schotter weg ne 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 Das ist der zweite gewesen. Der hier, ne? Ja, der war das. Warte mal. Wir setzen den erstmal dahin. Den setzen wir dahin. Das ist automatisch. Ja, macht er. Gut. So. Direkt vor mir nur am Tor sitzen. Das war sehr schön. Wie viele Leute wohnen bei mir hier eigentlich in dem Haus? Okay. Jetzt kann man den Weg bauen. Einfach so ringsherum würde ich sagen. Ach, da ist auch ein Eingang. Also hier so. Mach mal. Ne, muss noch kaufen. Da, shop. Nein, das soll weiter hoch gehen. Weiter hoch. Okay. Noch 17. Ach, ich soll den Punkt da runtergehen. Wo geht denn da hin? Das soll. Das soll. Das war's. Okay. Untersuch. Jetzt Reisen. Okay, okay. Eddie´s Auto. So. Ich bin jetzt eifig festgenommen. So was war das, ne? Ich hab mich ja mit der Knarre da... Komm mit! Da, genau. Okay. Das ist immer noch ein neues Spiel. OpenShield. Foto. Ein Riss. Hasenfoto. OpenShield. Schlagcreme. Goldmedaille. Papiertüte. Und Tupfer. Und Tupfer. Oh! 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 Mit einmal durch. Nicht schlecht. Okay. Schlagcreme. Ein Handschuh. Ne, ein Handschuh. Da ist ein Handschuh. Okay. Hasenfoto. Schlag. Firma. Eine Karte. Eine Karte. Karte. Eine Flagge. Keiner Baum. Ach. Geldscheine. Taschentuch. Notiz. Okay. Okay. Oh! Das ist ein Schmach. Sehr gut. Vorwärts. Willkommen. Formenfüller. Hasenfoto. Hasenfoto. Immer die Hasenfoto. Füller. Eine Patronen. Schlagcreme. Eine Karte. Winze. Patronen. Notiz. Ah. Gürtel. Und ein Strick. Das ist ein Seil. Das sind Geigen. Ein Sticker. Ich lese Strick. Nein. 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 Stefan. Stefan. Das war schlecht gewesen. Hauppen. Handschuhe. Regen. Schirm. Schlag. Regen. Patronen. Münzen. Colorbon. Kopfhörern. Taschentuch. Eine Truller-Five Ja Ich weiß nicht, ob der alles in sein Auto hängt Zweiter Stern Gleich sind wir fertig Füller Vogel Papiertüte Kopfhörer Zeitung Münze Taschentuch Litscher Stiefel Kompass Kompass ist da Füße Die Füße soll Die ist immer so Blau-Weiß-Rot Stiefel Schraubenschlüssel Warte an Auch so leichter als Stiefel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Okay Schraubenschlüssel 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 Ach, das Blatt meinen sie Noch nicht Jetzt aber Papier, Tüpfel, Schlag, Hinsen, Geldschein, Kopfhörer, das Blatt, die Ampel, Stiefel, Sanreda. Okay, das war gut. Das war gut. Das war gut. Das geht mir für die Punkte ganz sehr gut. Ach so. Ich glaube, ich werde weg. Ist jetzt sowieso nur noch vier Runden. Okay, warte. Das spielen wir schnellst zu Ende. Das Open-Schild, Papiertüte, der kahle Baum, die Patrone, die Kopfhörer, die Geldscheine. Zahnräder, die Pistole, das Blatt. Da sprung ich wieder. Und dann kam, wo ist denn der Kamm? Kamm, 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 Kamm. Da. Okay. Oh Mann, ist schlecht gewesen. Zack. Spielen. Spielen. Findet ihr den Hinweis. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Eine Ampel. Lili. Lili. Gürtel, Zigaretten, Kopfhörer, wo ist denn eine Zigarette, der Kompass war hier, die Friseursäule hier, die Zahnräder da. Einschusslöcher, Zigaretten, ein Motorrad, das hat man gesehen, ein Knopf, Einschusslöcher, Knopf und Feder. Da ist der, da ein Schussloch, da ist der Knopf, da ist noch die Feder, Feder, wo bist du? Da. Oh Mann, hat er die Linien? Hm? Oh, letzte Runde. Sticker, Zigarrevogel. Die Ampel, Taschentuch, das Defil, der Schraubenschlüssel, der Kamm, Feder, Stern, Apptintasche. Ist das so ein Flicken? Pflaster. Ah, da ist die Aktentasche. Ah, da ist die Stern. Flicken ist normalerweise auf. Auf den Schlauch oder auf der Hose sowas. Ach, da. Guter Flicken. Hab man nicht gesehen. Letzte Runde. Vogel. Vogel. Gelbschrank. Kopfhörer. Zeitung. Kamm. Schraubenschlüsse. Rennflagge. Der Flicken. Einschussloch. Motorrad. Ah, platt. War da oben. Aber trotzdem gut gewesen. Das ist nicht perfekt, aber sehr gut. Okay, das war's. Ich kann nicht mehr spielen. Dann würde ich das Spiel beenden. Ich bin aber schnell vorwärtsgekommen, mein Lieber. Ja, tja. Gut. Ich will das Ganze spielen. Und ich sage dir Dankeschön. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn du am nächsten Mal bei seid. Und was passiert da jetzt? Tschüss. Tschau. Tschau.